Wir befinden uns hier auf dem Potsner Talverwiesen, der Wohlfühloase unserer Stadt. Hierher kommen viele Familien und Kinder um Erholung und Entspannung zu suchen. Ich komme jetzt schon seit zehn Jahren hierher auf die Potsner Talverwiesen mit meinen Kindern. Sie lieben es, Fußball zu spielen in dieser schönen natürlichen Umgebung, aber zurzeit fehlt uns leider der Platz dafür, wo sie das in Sicherheit machen können. Weil als Mutter sucht man für seine Kinder natürlich einen sicheren Platz. Und man zieht sich zurück, wenn das nicht der Fall ist. Hier sind reine Männergruppen, die geschlossen Ball spielen und den Platz den ganzen Tag okkupieren. Deshalb fehlt uns der Platz zum Spielen. Der Spielplatz da auf der Talverwiese ist ständig von Erwachsenen Migranten besetzt, weshalb die Potsner Kinder nicht mehr spielen können. In den letzten Jahren hat sich Potsdam sehr viel verändert. Besonders die Talverwiese. Wenn man das mit dem Bild von vor zehn Jahren vergleicht, ist das nicht mehr zu erkennen. Das darf so nicht weitergehen. Die Bedürfnisse unserer Kinder und ihre Sicherheit müssen im Vordergrund stehen. Wir Potsner Freiheitliche fordern hier auf den Talverwiesen einen neuen zusätzlichen Fußball- und Basketballplatz nur für Kinder unter zwölf Jahren. Israelites Bieters Deid Sara Beide Deid Glöte Gott Deid 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 Da Deid Deid Vielen Dank.